Heute gibt es Süsskartoffeln mit einer leckeren Guacamole. Ein Kilo Süsskartoffeln schälen. Die Süsskartoffeln in pommesförmige Sticks schneiden. Zuerst waschen. Und danach in ein Becken voll Wasser geben und dazu drei Esslöffel Kartoffelstärke hinzugeben. Umrühren. Dann das Ganze umrühren. Abpotzen. Und das Pachtlöffel. Etwas Öl darüber geben. Etwas. Ein Pinsel. Die Pommes kommen nun für 30 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Avocado klein schneiden. Mixen. Eine Limette dazu. Zwei Tomaten. Etwas Koriander. Chiliflocken. Sieh. Sieh. Sieh.